Untertitelung des ZDF, 2020 Aus kleinen Drogendealern wurden die gefürchtetsten Verbrecher. Damit bedrünst du dich nicht in meiner Werkstatt. Da sagt noch mal einer Verbrecherin. Ist mir zu sicher, dass du das durchziehen willst? Tun sie alles erforderlich, um die verfluchten Essex-Boys auszuschalten. Hooligans, Gangster, Mörder. Und wir beide wissen, dass es nur einen Weg gibt, wie man das schafft. Verraten. Eine schockierend wahre Geschichte. Nick Niverne. Robert Kavanagh. Kirsten Waring. Kate McGowan.